Was ist Fußbindung? In den meisten Zusammenhängen beschreibt der Begriff Fußbindung die alte chinesische Praxis, die Füße von Mädchen zu binden, um sie so klein wie möglich zu gestalten. Es wird vermutet, dass diese Praxis im 11. Jahrhundert entstand und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bestand. Es wird nicht angenommen, dass es im modernen China vorkommt, obwohl Frauen, die den Prozess überstanden haben, noch heute leben. In den meisten Fällen begann die Bindung zwischen dem dritten und zehnten Geburtstag eines Mädchens. Ihre Zehen waren gebrochen und zur Fußsohle zurückgebunden, und der Bogen wurde zu einer dreieckigen Form zusammengedrückt. Winzige Füße galten als Statusanzeige und machten ein Mädchen oft heiratsfähig. An vielen Orten wird auch angenommen, dass sie und ihre Familie den konfuzianischen Ideal in der Kultur, des Charakters und der Geschlechterrolle gewidmet sind. Der Prozess selbst wird oft als etwas grausam empfunden. In fast allen Fällen wurde das Verfahren von den Frauen der Familie durchgeführt und beaufsichtigt, und die Großmütter banden normalerweise die Füße ihrer Enkelinnen. Zuerst wurden die Füße in heißem Wasser eingeweicht und dann mit heißem Öl und Handtüchern massiert. Alle Zehen außer der größten waren dann meistens gebrochen, zur Sohle zurückgebogen und so fest wie möglich gebunden. Das Mädchen musste regelmäßig gehen, um die Pausen zum Halten zu ermutigen und das Fußgewölbe zusammenzudrücken. Auch Bandagen und Bindungen wurden regelmäßig gewechselt und gestrafft. In den meisten Fällen war es das Ziel, einen goldenen Lotus zu erreichen, einen Fuß mit einer Länge von nicht mehr als etwa 7,6 Zentimeter. Ein sogenannter Silberlotus oder ein Fuß, der nicht mehr als 4 Zoll misst, wurde normalerweise als akzeptabel angesehen, aber etwas Längeres als gedacht, beseitigte auf den Zweg. Insgesamt dauerte der Vorgang des Abbindens und Festziehens in der Regel etwa zwei Jahre, obwohl eine regelmäßige Wartung für die gesamte Lebensdauer erforderlich war. Es gibt verschiedene Theorien über den genauen Ursprung dieser Praxis. Eine Legende markiert den Beginn der Tradition im 10. Jahrhundert. Es wird allgemein angenommen, dass die Fußbindung durch einen chinesischen Herrscher namens Liu entstanden ist. Eine seiner Gefährtenin, Y.A. O. Nyang, soll auf einem goldenen Lotus-Sockel getanzt haben, ihre Füße in Seide gewickelt? Behauptungen, dass Liu mit der Schönheit von Y.A. O. Nyangs Tanzen überwältigt worden sei, habe angeblich andere Damen angeregt, sie nachzuharmen. Der Trend war letztlich mit weiblicher Schönheit und Unterwürfigkeit verbunden und wurde vielerorts zu einer wesentlichen Voraussetzung für eine wünschenswerte Ehe. Kleine Füße wurden oft als ein Gefühl des Stolzes sowohl für eine Frau als auch für die Familie ihres Mannes angesehen. Frauen mit gebundenen Füßen zeigten sie normalerweise in winzigen, bestickten Schuhen mit einer hölzernen Plattform, und die Schuhe waren oft ziemlich kompliziert. Die Spezialschuhe wurden typischerweise als Lotus-Schuhe bezeichnet und erreichten gewöhnlich eine scharfe Spitze am Zeh, wobei die Form des gebundenen Fußes als Ganzes an einen Halbmond erinnern sollte. Die Fußbindung erforderte ein hohes Maß an Sorgfalt und Hygiene. Es war üblich, dass die Füße anschwollen, sich mit Eiter füllen und nach verfaultem Fleisch schrochen. Beim Auspacken wurden die Füße und alle Wunden, die sich aus der engen Umhüllung ergaben, gepflegt. Frauen mussten auch ihre Zehennägel sorgfältig schneiden lassen. Eingewachsene Zehennägel bergen ein ernstes Infektionsrisiko. Gebundene Füße sind mit gesundheitlichen Auswirkungen verbunden, von denen bekannt ist, dass sie in manchen Fällen ein Leben lang halten. In China galten Frauen ohne die speziell geformten Füße, die für Fußbindung typisch sind, im Allgemeinen als unraffiniert und unattraktiv. Dies hat sich geändert, und der Prozess wird von den meisten Mitgliedern der Gesellschaft nicht mehr als wünschenswert oder sogar attraktiv angesehen. Tatsächlich wurde der Prozess im Jahr 1911 verboten, obwohl viele Familien dies ablehnten und aus Tradition und Stolz fortwerden. Die letzte Fabrik, in der die speziellen Lotusschuhe hergestellt wurden, wurde Ende der 1990er Jahre geschlossen, was zum großen Teil auf mangelnde Nachfrage zurückzuführen war.